Platz. So, du bist... Du bist es. Dann kommst du hierhin. Und nimmst den ganzen Stahl mit. Du fährst wieder hier runter. Dann habe ich bald hier alles beisammen. So. Übergeben sie Mr. Drei Kolossus. Dann kriegt er erst mal die drei Kolossus. So. Drei Stück. Bis zu dem des Wahnsinns. Zwei Stück kann ich produzieren. Hier oben habe ich jetzt auch schon einige wieder. Ich glaube, ich produziere hier auch noch ein bisschen Muni. Hier könnte ich wieder so eine bauen. Kommt aber dann hier hin, bitte. So. Dann lade ich den ganzen Klumpatsch hier wieder aus. So, dann kann ich schon mal produzieren anfangen. Kolossus. Mayday, wir werden angegriffen. Das Schiff wurde bereits mehrfach getroffen. Die Tanks sind leckgeschlagen und Öl tritt aus. Nein. Der Viper, bitte. Alarm. So katastrophisch schädigt Küstenregion. Nein. Na. Was soll die Kage? Oh Gott. Achtung, Infekt, zerstören. Achtung, Fertig, gestimmt. Komm, mach kaputt das Ding. Dann muss ich hier direkt noch so ein Ding hier entstellen. So, komm. So, komm, ging kaputt. So, Junge. So, und was mache ich mit dir jetzt? Ähm, ich wollte nur wissen, ob sie schon Erfolg hatten. 20 Tonnen Werkzeug, 20 Tonnen Holz. Jetzt brauche ich mein Schiff. Mein neues, so. Gut. Äh, Kampf im Schnelldurchlauf. Hab mich jetzt ein bisschen geärgert. Tut mir leid, dass ich wieder nichts gesagt hab. Äh, aber wenn's heiß hergeht, so, äh, dann bin ich hier ein bisschen abgelenkt. Ach ja, Werkzeuge, 20 Tonnen, bitte. So. So. Du Idiot. So musst du hier grad das Öl verlieren. Wieso? Oh. Warnung. Produktion gestoppt. Haben Sie wirklich meine Bitte erhöht? Ja. Es war wirklich Mr. Strindberg? Und ich dachte immer, er wäre ein Verbündeter der Firma. Ich verabscheue Illoyalität. Strindberg wird sich für sein Vergehen verantworten. Bringen Sie mir den Verräter. Neue Bevölkerungsgruppe erfasst. Ich habe mich für Sie verbürgt, um Ihnen diese Chance zu eröffnen. Wow, fuck off. Und schon habe ich ein fettes Minus am Hals. Was soll die Kacke? Wo stehen ihr? Ah, ihr bräuchtet Getränke. Verflucht. Ihr habt ja gar nichts. Was bist denn du für eine behinderte Insel? Öl produzierst du? Ja, super. Äh, so. Handel. Einkaufen. Schnaps. Einkaufen. Burger. So, jetzt produziere ich hier mal. Wird hier irgendwas produziert. Kohle wird produziert. Ja, super. Wenn nicht mal Sie was für mich tun können, wer denn dann? Oh, Mann. Ja, voll die runtergekommene Insel. Muss man echt mal zugeben. Was soll die Kacke? Und sowas muss ich übernehmen? Habt ihr denn überhaupt Nahrung? Warnung. Ja. Registriere Abwanderung der Bevölkerung. Ja, ist klar, ne? Verflucht. So. Jetzt produziere ich hier mal. Jetzt produziere ich hier mal. Produziere ich hier mal. So. Ach, das gehört nicht mal zum Einzugsgebiet. Gar keine Mine. Er ist ja voll behindert. Und nicht mal das Ding kann ich bauen. Äh. Hier kriege ich keine Nahrung. Heute Morgen schon hatte ich so ein Gefühl, dass das ein guter Tag wird. Das ist echt scheiße. Hier ist auch so ein komischer Ölfilm oder was? Warte mal. Ich würde hier gerne ein Warndepot. Marien werfen. Hm. Was? Können nur ein Counter pro Insel haben. Ja, das hilft ja da nicht. Aber hier ist alles ein bisschen verseucht. Endlich Wochenende. Und ich hab frei. Solange mir hier die Bevölkerung nicht ausbleibt. Äh. Ah, wo sind denn die scheiß Lager hier? So, hier, so. Hm. So, jetzt darf ich das hier mal gepacken kriegen. Das Minus ist ja nicht mehr feierlich hier. So. Aber Plastik wird ruhig produziert. Das ist... Das finde ich schon mal super. Äh. So. Was ist denn hier los? Nix. So. Äh, Schiff. Ich brauche mein Schiff. Mein Schiff, mein Schiff, mein Schiff. Hilft nicht. Aber muss ich wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und hier mal... hat es geregelt. Also, die Schleckerei vorhin. Die hätten sie sehen müssen. Hm. Doof. Jetzt kriege ich volles fette Minus wieder dem Scheiß. Komm, ran hier. So, Bauzellen. Haben wir hier noch was? Hat man brauchen können. Ähm. Ne. Sieht soweit gut aus. Jetzt fährst du hier hoch. Hier. Wie sieht's hier aus? Was habe ich hier alles? Wollte ich nicht hier noch... Habe ich jetzt drei Uran-Minen? Verarsch mich. Wo habe ich jetzt die dritte Uran-Mine her? Äh... Ja. Ich wollte schauen, ob ich hier Stahlträger habe. Ja, mehr ist genug. Muss ich dann auch runterbringen. Dann kann ich hier mal meine Hauptziele erfüllen und so. So. Dann kommt hier. Kommt hier. Kommt hier. Kommt hier. Äh... Hier muss ich sowas setzen. Getränkeversorgung mangelhaft. Ich weiß. Reis. So. Dann... Muss ich gucken, dass ich hier mal Getränke ranbringe. Reis fehlt. So fehlt hier Reis. Diese Farm kann die... Äh... Kann den Boden dieser Insel nicht nutzen, da die erforderliche Fruchtbarkeit fehlt. Dann muss ich hier noch mehr Schnaps produzieren. Hier die Insel so richtig zur Schnapsdrossel machen. So. So. Das dürfte reichen. Warnung. Registrierung der Abwanderung der Bevölkerung. Ja, schön. So. So. Hier noch zwei hin. So. Und hier noch zwei hin. Dann muss ich ein Schiff einsetzen. So. Bauen wir noch so eine Schaluppe. So. Was kann ich von hier mitnehmen? Ach ja. Da haben wir nix. Hier könnte ich noch... So. Dann kann ich hier mal gut produzieren. Weil ich ja die Öl-Scheiße an den Hacken hab. So. Dann nehm ich hier... Die mit. Die mumpeln. Und... Ich hatte doch irgendwo... Ah, die hier. So. Du fährst hier runter. Perfekt. Meine neue Schaluppe schon fertig. Nö. Ist noch am Produzieren. Aber wird auch schön langsam. Fahrzeug fertiggestellt. So. Du gehst hier. Wie heißt du denn? Rainbow. Die Rainbow. Neuhandelsroute. Die Rainbow bitte. Fährt hier hin. Lädt auf. Und zwar... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. Schnaps. Und lädt hier. Nahrung aus. Mitnehmen tust du. Na, sagen wir mal... 40. So. Dann fährst du hier hoch. Lädst den Schnaps wieder aus. Bis auf... Alles. Und einladen tust du. Fisch. Und zwar... Und zwar... 20. So. Start. Ach so, jetzt habe ich Pause gemacht. Ist ja wurscht. Schließen. Dürft ja passen. So. So. So, 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 so. Dann... Mache ich mal so. Nehme ich die hier. Baue sie mal. Boah, ich brauche noch Bauzellen. Dann produziere ich hier noch mal Bauzellen. Ich habe mich schon wieder verklickst. Es ist fallend. Ich sehe es. So. Produziert ihr überhaupt noch? Warte. Ja. Die Angeln noch munter. Gut. Schön zu sehen. Hier wird auch noch munter gemacht. Und hier ist munterer Rückbau. Irgendwas fehlt hier. Irgendwas hätte ich noch gebraucht. Dass ich hier die Produktion starten kann. Strom wird erstellt. Und das sind Massen. Das ist ja der Wahnsinn. Werkzeuge habe ich. Bauzellen habe ich. Ach ja. Hm. Egal. Äh. Huch. Ich bin immer so vergesslich. Was wollte ich denn jetzt? Ach so. Bauzellen habe ich gebraucht. Bauzellen. Ich könnte hier wieder Werkzeuge produzieren. Äh. Werkzeuge. Also sonst habe ich so einen Stahlüberschuss hier. Habe ich eh schon wieder. Scheiße. Ne. Brauche ich noch irgendwas für unten? Noch irgendwas? Nö. Hier könnte ich mal selber schnell eine Bauzellenproduktion aus der Erde stampfen. Boah. Habe ich ein Minus? Das ist ja. Na zum Kotzen hier. Ich muss euch leider alle absacken. Das hilft nicht. Ich brauche die Kohle. Das hilft sich alles nichts. Wie geht es euch denn? Registriere neues Fahrzeug. So. Ah. Mir geht es schon besser. Ihr bitte auch. Danke. Nicht die ausgetretenen Trampelfahre beschreiten, sondern neue Wege gehen. Das hat was. Ich habe noch ein kleines Häuschen. Nö. Habe ich nicht. So. Ihr seid ja zufrieden, hä? So.